Heute, an diesem wunderschönen MrMorgenMittwoch, fangen wir mal wieder mit was Entspannten an zum Einsteigen. Das gute Twitch Clips Germany Video, was jeden Mittwoch erscheint, das können wir jetzt im Einstieg ganz chillig gucken und uns ansehen, was denn die Streaming-Kollegen alle so Feines machen, um cool und lustig zu sein. Das bringt mir auch Tipps und Tricks, damit ich selber lerne, auch irgendwann ein guter Streamer zu sein. Irgendwann schaffe ich's. Irgendwann bin ich ein guter Streamer. Ich habe schon mir Mühe gegeben. Ich habe mir Minion-Muffins geholt. Das sind Mini-Minion-Muffins. Und ich finde, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, um ein guter Streamer zu sein. Dann wollen wir mal. Elli, wo bist du? Elli, kommst du? Ja, ich komme sofort. Was hat Fischhub denn da für ein Bug? Den habe ich noch nicht gehabt, wenn er so was. Wie gesagt, wenn zwischendurch der Sound lauter oder leise soll vom Video, gerne schreiben. Hallo, herzlich willkommen bei Clips, Clip, Twitch, Clip, Twitch Clips Germany. Ich habe mich wirklich versprochen. Subt mal hier rein und guckt mal auf den Patreon. Und unterstützt mal. Ja. Weil, hey, guck mal, die Clips sind mega. Aber die Clips sind ja nur mega, weil die Streamer sie machen. Ja. So. Ähm. Deswegen nochmal Shoutout an alle Zuschauer, die bei ihrem Streamer ihrer Wahl zusehen und denken, und dann passiert irgendwas Gutes, irgendwas Lustiges, irgendwas Dummes und die Leute machen den Clip. Ehre geht raus an die Clip erstellenden Zuschauer. Das ist, das ist eine Arbeit. Das sind Ehrenzuschauer, die werden zu wenig respektiert. Now, TCG kostet Geld. Da ist die Katze wieder, ich liebe sie. Das Geld, was Clip hier einnimmt, existiert nicht. Darum gibt es jetzt Patreon. Für zwei Fischhies könnt ihr dort ab sofort die Compilations unterstützen. Au. Warum bin ich worden gestorben? Hä? Ach, die Falle. 162 Stunden live und 6.000, holy shit. Die Arme. Wobei ich war auch 218 Stunden live. Ich war, glaube ich, auch 218 Stunden live. Ja, das macht Sinn. Oh. Hey, Gamebull. Ja. Sina? Wo bist du? Chad, hilfe, wo ist mein Vogel? Chad, hilfe. Hat irgendjemand Sina gesehen? Mookie. Ich glaube, ihm geht es nicht so gut. War gut, oder? War gut. Ah, du wolltest mehr so in Realismus gehen. Ich verstehe. Ja, absolut. Ich habe Rinder Wahnsinn. Ich glaube, ich habe seit 20 Jahren keine Kuh mehr gemacht. Ich wüsste auch nicht, wie man eine Kuh richtig nachmacht. Ich habe mir ein bisschen den Mund gebrochen, als ich muten wollte. Komm, 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 komm. Muuu. War das realistisch? Nein. Yes! Nein! Nein! Muuu. War das realistisch, Chad? Muuu. Ja, ne? Der Mann. Was ist mit ihm los? Er hat hier laut Anzeige 5.250 Kronen gesammelt und möchte 216 haben. Was ist mit diesem Mann los? Also einige Leute spielen Fallgeist, er lebt Fallgeist anscheinend. Oh mein Gott, was? Holy shit. Sieh, ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Was? Ich habe noch keinen. Oh mein Gott. Smash. Was passiert? Ich weiß nicht. Es gibt noch Leute, die New World spielen? Gar nicht. Ich habe in Geometrie nicht so aufgepasst. In Geometrie? Mhm. Oh, wir können auch werfen. Egal wo meine Chem ist, es ist sie im Weg. Was denn? Geologie, ne? Das geht um Erdkunde. Ja, aber es ist doch nicht Geometrie. Nein, das ist aus der Mathematik. Und Geologie, da geht es um Steine. Wie heißt es denn dann? Moment. Ich dachte auch Geologie ist Dings. Geologie ist Steine, ja. Das habe ich bei Shaden aus Big Bang gelernt. Geometrie ist natürlich Mathe. Und dann gibt es ja noch das andere für die Weltkarte. Geografie. Ah. Ja, Geografie. Damn it. Ich kam selber nicht drauf. So viele Geo-Sachen. Geografie. Nein, die schreibt mir. Nein, das ist mir. Bin ich denn? Du machst mich ganz kirre. Ich? Geografie. Ja. Leute. Wenn wir. Ja, ich bin gleich. Dieser Klopf-Crank, ne? Ich erschrecke mich aber immer. Wenn wir. Ja, ich bin gleich. Wenn wir. Ja, ich bin gleich. Ich erschrecke mich vor dem Sound. Weil der so laut offen im Ohr ist. Der ist in deinem Kopf drinnen. Ich hatte so ein richtiger, ekliger Sound, Alter. Wenn wir. Ja, ich bin gleich. Wenn wir. Ja, ich bin gleich. Alter, Junge. Was zum Hänker? Ich dachte, jemand kloppt das Fenster. Diese Papageien. Okay, was? Die Papageien. Ich sage es nochmal. Wir sollten Brücken bauen. Haltet euch fern. Was ist das geschildert? Achso, das ist der Name vom Streamer. Ich dachte, das wäre das Spiel. Conan Exile habe ich nie gespielt. Deswegen habe ich mich gefragt, was das für ein Spiel ist. Uniglui kill. So, Melle, zeig mir her, was du geickst hast. Oh, ist das hart. Oh, netlösser Mann. Das ist natürlich dann echt scheiße. Dann, sowas habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Das ist echt geschehen. Hier, mal kurz. Netflix, wenn ihr Bock habt. Ja, auf Leute, die hier Poster für euch entwerfen. What the fuck? Das ist das geil. Nichts ist anders, Eric. Mich tut mein Auge weh. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Das Timing. Boah, jetzt ist aber gelenkig der Leo. Das Timing war nice. Das ist ein blauer Hintergrund. Warum weißt du schon, welches Spiel das ist? Messi, den kenne ich sogar. Der ist unordentlich. Kavau TV ist auch immer anders wild, ne? Ganz ehrlich, ihr könnt auch in Heide Ringwilch spielen. Also wenn... Das war's! Dann bin ich einmal bei Twitch Clips Germany. Der Clip war nice. Aber er schneidet alles weg, wo man mein Gesicht sehen könnte. Mir bricht das Herz. Wenn er schläft, kann ich ihn bürsten. Dann macht er sich auch lang und er findet das auch gut. Aber wehe, ich fass ihn mit der Hand an. Mit dem Fuß kann ich ihn auch streicheln. Ist ausprobiert. Aber wehe, ich nehm die Hände. Das geht gar nicht. Aber der hat eh so einen kleinen Faible für Füße. Ah, Sarah, das passt schon. Das ist ein bisschen eklig. Aber ja. Die Sache ist die, ich glaube, ich bin von uns die Nuttige. Ich glaube... Lol, hast du nicht gesehen, was Jen wieder auf Twitter gepostet hat? Ich würde sagen, Mauki ist am unnuttigsten. Ja, Jen ist tatsächlich die richtig Nuttige von uns. Ich bin nur die gespielten Nuttige. Und Sonja... Das akzeptiere ich. Der Hammer ist so die... Du weißt schon. Was? Reif? Reif. Du bist die Reife von uns. Ach, die Nancy. Was spielt sie? Wie sage. Was hast du dich Nancy erschrocken vor nicht? Ich habe mich vor dem Hammer erschrocken. Vor dem Hammer. Nancy! Würde ich jetzt ausatmen, wird es ein bisschen schwierig. Das Einzige, was mich die ganze Zeit stört, sind jetzt die Ärmel. Aber ist egal. Nicht einatmen. Nancy ist besser. Ich glaube, einatmen sollte nicht das Problem werden. Ist da wirklich was gerissen jetzt? Ich lasse die Jacke einfach mal offen, okay? Warte. Oh, das habe ich bei Funk gesehen. Das ist so ein Spiel, da geht es nur darum, Archivements zu sammeln. Ich hoffe, meine Frau hört den Stream nicht. Ich hoffe, niemand hört den Stream. Hast du mich gerade beworfen? Komm, ich zeige dir, wie ein Profi das macht. Warum hast du einen Küssen in den Hand? Wer ging mich? Los, wer traut sich? Na, zieh. Okay. Zieh den ersten Stein. Ja, ja, ja. Ich bin bereit. 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 Das ist ja so, dass du sowohl menschlich als auch bei der Verkabelung... Wollt ihr mal meine Verkabelung sehen? Ich meine, das ist mein Ehemann. Das ist, wenn Olli sagt, mach mal selbst. Nun. Ich fühle das. Wenn ihr meine Verkabelung sehen könntet, was ihr gerade nicht könnt, in der ist es alles Übereisenkabel. Ich habe keine Verkabelung. Es sieht aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Es ist... Ähm, er bis jetzt hat das noch nicht gesehen oder er hat noch nichts gemacht oder er liebt mich nicht genug, um das selbst zu machen. Ich mach's jetzt. Hey. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Was passiert? Mit meinem... Mit meinem... Mit meinem... Mit meinem... Mit meinem... Peter. Okay, mit Kacka lernt mir. Endlich wird der sich auch so erschreckt wie ich. Kann ich jetzt spielen? Ich bin ja auch so ein Schisser. Nein! Crazy Lila. Stören die Haare nicht? Beim Headset? Wie cool war das Timing denn bitte? Ich dachte das gehört dazu. Ich dachte gerade auch das gehört ins Spiel. Hätte ich schon Bock drauf. Ich bin unkürzlich heiß in Minigolf. Für mich ist das ja normales Golf. Ist gar nicht so ein Mini. Normales Golf. Weißt du wie tief ich mich pücken muss? Hey Selina. Liebes Rekli, einmal rechts ran und dem Mund aushalten. Oh Gott. Was zur Fing? Wollen wir jetzt einfach rein? Nein! Was war das denn? Willst du mich verarschen? Der Arme. Der Arme. Wenn Gronkh der Bombenleger ist. Toro ist der Informant. Der Micha ist der Fahrer. Dann bin ich die Assassine, äh, weiß nicht. Die Assassinen von hinten, die sich anschleicht. Ah. Ich sehe einfach voll normal aus. Also im Vergleich zu jetzt. Yo. Ich könnte, wenn ich nicht ihr Persebild sehen würde. Anschleicht. Ich würde nicht erkennen, dass sie das jetzt heute ist. Also da gibt es bestimmt mal, wenn es nicht mal kontrolliert wird, Stress mit der Polizei oder so. Ich sehe einfach voll normal aus. Die sagen, das ist sie nicht auf dem Foto. Also im Vergleich zu jetzt. Ich finde, sie sieht ganz anders aus. Aber auch vom Gesicht her. Halt. Holy Shit. Halt gar nicht derselbe Mensch. Halt gar nicht derselbe Mensch. Wie das passieren kann, dass man so ein Foto bekommt. Oh, das sieht aber aus wie so. Kennt ihr das? Das Foto. Das sieht aus wie, äh, diese Opferfotos von Serienmördern. Wisst ihr das? Wenn so ein Serienmörder gefasst wird und dann gibt's diese Fotowall, wer alles umgebracht worden ist vom Serienmörder in schwarz-weiß. So wie von Jeffrey Dahmer. So sieht das Foto aus. Eins zu eins. Wie von dieser Fotowand gepickt. Von den, diese Menschen wurden von dem Serienmörder erstochen. Holy Shit. Was macht der Mann? Wir werden die Straßen aufmischen. Hina allein. Arme Hina. Was ist mit der Lotz, Junge? Einmal nicht den guten Abend. Hallo. Es ist on vorhin. Ey, sogar ihr Hogwarts-Schloss leuchtet. Sogar ihr Hogwarts-Schloss leuchtet. Ich hab's hinbekommen. Sehr gut, wenn man nur ihren Sound hört, aber nicht den Desktop. Einmal bester Sound. Keiner Lörd-Sound. Ich hör die doch. Kartoffeliges Einhorn. Und genau in dem Moment ist sie gestorben. Zett. Ich seh nicht. Ich seh, dass sie hier irgendwie irgendwas anguckt. Aber ich weiß nicht wann. Also sie hat wieder irgendeinen Staubfussel oder sowas. Was meinst du so viel? Blick. Nicht die Kamera. Kannst du so... Nicht die Kamera fressen. Kannst du so... Kannst du so... Nicht die Kamera fressen. Und natürlich war das Einloggen gar nicht erst möglich, denn... Nach 300 Leuten kamen 20.000 neue, die auch warten mussten. Wunderschönes Erfahrungsfeeling. Ich hab so viel Schmerzen, wenn ich das sehe. Ich hab so viel Schmerzen. Wirklich. Ich hab... Also es tut alles in mir. Ich hab vergessen zu essen. Das passt schon. So, dann machen wir mal. Ja, Loch ist auf jeden Fall fast fertig. Wir haben's gleich. Gleich ist das Loch fertig. Ich bin... Bisschen Präzisionsarbeit ist hier gefragt. Ich glaube, das Loch sieht soweit ganz gut aus. Du schaffst das. Mach das Loch. Der Job hier ist dann... Naja... Äh... 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 Das ist jetzt ein interessantes Feature. Wo fliegen wir denn mal hin? Nein Fehler sag ich mal. Rp... Rp... Einfach... Einfach vor das Waschbecken geht. Einfach vor das Waschbecken. Gibt's doch nicht. 102. Rechts rum. Ich glaube, du bist wieder schrocken. Das ist aber nur ein Gefühl. Okay. Ich finde dieses Spiel gerade mega entspannt. Ich finde es gerade saugeil. Für mich ist es genau das Richtige, gerade um die Uhrzeit. Ich weiß noch, wie ich bei dem Spiel irgendwann so richtig gewaged habe. Sehr entspannt, ja. Wir sind übrigens für alle, die jetzt meckern und sagen, Äh, das ist dann doch aber nicht Twitch-konform. Doch es ist Twitch-konform, weil ich das ja nicht... FBI, open on! Ey, das ist aber mal... Also das... Das sind ja mal zwei richtig schöne Melonen. ... Dark-Mode? Und... Power... Up... Air... Tatsache! Hä? Loil! Ich will doch noch Twitch-in. Oh! Ich habe mich doch gar nicht so schnell bewegt. Ja, was ist das denn jetzt? Ja, ich glaube jetzt am... Ey, ich bin vielleicht alleine mit der Meinung. Und das ist jetzt auch unabhängig von diesem jungen Herrn, der sehr gutes Spiel spielt. Und auch ein sympathisches Aussehen hat, ja. Smash. Ähm... Immer wenn ich Streams gesehen habe, die so ein... Also die als Overlay so ein Komplett-Overlay hatten. Und das Spiel war in dieser inneren Kammer. Das habe ich immer verstanden bei so Oldschool-Spielen, wo du sonst Schwarzbild hast. So N64, dann hast du dich gesehen. Aber sonst fand ich es immer persönlich nervig, solche Overlays. Ich fand es immer schön... Also klar, du verdeckst mit deiner Cam nichts vom Gameplay. Aber durch dieses riesige Overlay komme ich persönlich schlechter ins Feeling von dem Spiel, was ich mir anschaue dann. Gerade so Story-Spiele komme ich überhaupt nicht so richtig ins Feeling von dem Story-Spiel, wenn da dieses fette Overlay über das Spiel ist. Mit den ganzen Anzeigen noch und so. Da komme ich in Story-Spielen nicht... Überhaupt nicht rein. Gar nicht. Ich kann mir das dann leider so was oft dann nicht geben. Ohne das Böse zu... Also ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Das ist mein persönliches Empfinden. Ich komme halt nicht ins Spiel rein dann. Ich kann das nicht fühlen. Weil irgendwie wirkt das Spiel so wie so zweite Wahl, die irgendwie so mit Overlay zugeklatscht worden ist. Ich weiß nicht. Komme ich nicht rein. Ist nicht meins. Auch wenn der arme Junge gerade einen ekligen Bug hat. Er kommt nicht mehr raus aus seinem... Er ist Permade. Wer möchte sich in ein Dating-Portal einloggen, wo nur die dritten meisten... Er hat Pog gesagt. Ich habe es genau gehört. Du bist auf Twitch, du kleiner Mieser. Ich habe es gehört. Sag... Nein, nein. Ich habe das nicht gedacht. Ich habe das nicht gedacht. König ins Schloss. König ins Schloss. Doch, du hast das gesagt. Jetzt sag nochmal. Wer möchte sich in ein Dating-Portal... Dating-Pog. Dating-Pog. Ich habe es genau gehört. Dating-Pog. Finde ich auch. Chat, ich liebe euch. Mein Chat ist der süßeste. Was hat sie bitte für ein Motorrad? Timing. Warten Sie bitte noch mit dem Blitz. Ich musste kurz die schwierige Kurve fahren. Jetzt dürfen Sie. Ja! Timing. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Was ist Hörn-Batzel und Mod-Gespräche für ein... Für ein Score? Hörn-Batzel. Hörn-Batzel ist vielleicht so ein Versprechen oder so? Mod-Gespräche? Also, ich würde es in Zukunft auch counten, wenn meine Mods anfangen hier irgendwie Sachen in meinem Chat zu schreiben. Da gibt es auch von mir Ärger. Die haben hier zu arbeiten und mir ihr Geld zu geben. Und nicht viel Spaß zu haben und zu schreiben. Schweine. Scheiben? Sei ganz locker. Du darfst was sagen. Hey, wird das gewertet? Achso, die... Sie nimmt das mit den Scheiben ein bisschen zu wörtlich, oder? Oh mein Gott, du bist los! Kommt dann jetzt wieder auf Hörn-Batzel noch ein Counter drauf? Ich muss die Antwort erfahren. Ich habe da eine Forschungsstation markiert. Ja, okay. Ich folge dir. Vorsicht, Loch. Ich werde verfolgt. Nein, der erste Tee nach einem Kaffee. Einfach insane. Ich habe heute keinen Kaffee getrunken, aber ich habe jetzt schon meinen zweiten Kaffee. Ich bin ein bisschen jetzt zu machen. Big Adventure für die PC kommt. Nein. In drei Wochen erscheint es. Für 60 Euro. Mein Scherner. Das muss wir tun Hat das Kaninchen die Kamera gerade kaputt geknabbert? So an so einem Kabel da Oh no Ich hoffe es hat keinen Stromschlag bekommen So wie ich aber verstanden habe ist Larina gerade dran, wir haben einmal ganz kurz Peck, ich heule ganz kurz, ich muss ganz kurz dance Ich hoffe es hat keinen Stromschlag bekommen Singen wir mit? Okay, wir schreien wir nicht vor dem Handkompakt, Alter Der Rollstuhlfahrer soll aufnehmen Das ist ein Asi, Alter Komm, steht auf und dance mit und der ganz oben links sitzt im Rollstuhl Und Das war aber gemein, ja Also Sophie auch gemein Ich bin ganz vorsichtig Genau, ganz, ganz vorsichtig Oh, oh, grip Oh nein Nein Hey, ist das guck Hey, ist das guck Hey, ist das guck Hey, ist das guck Let it go Let it go Let it go I'm one with the one in the sky Let it go Let it go Let it go Let it go You don't ever see me cry Hey Also mir gehts gut Hast du was wie mein let it go Bin ich ehrlich Danke fürs Erneute ab und her Also ich verschlägt sehr schnell Also Die Schärfe kommt Oh, wir Schon drehen die Augen von ihr Aber Die bleibt nicht so lange Die wird so ein bisschen konserviert Weil die ist echt heiß Mich tut's schon beim Zusehen Muss ich selber die Augen drehen, Alter Ey, tagt doch mal Danke für den Resupp im 16. Alles gut Wie gehts? Dankeschön für den Support Vielen, vielen Dank Für die Currywurst Also es wird die Schärfe so ein bisschen intensiver Wieder die Träne sogar runtergekommen Wow, Hacker Hacker hinter uns Becker für welche Zeit? Ist das hier? Becker Becker für welche Zeit? Vielleicht, dass das Dass der hier nicht ganz bündig mit der Kante hier oben ist So ein bisschen tiefer Und dann ordentlich die anderen außen rum Ich schneide einen Clip Die ganze Twitch Ich guck gerne Essensvideos dann Twitch Nation wartet schon Alle voten mit Auf ihre liebsten Hits Von eins bis sechs Keiner kriegt davon genug Alle sind hier auf Entzug Doch nur mit Patreon verdien ich gut Denn das ist alles nur geklärt Eyo, Eyo Das sind alles gar nicht meine Eyo Los, ab jetzt alle rein Eyo, Eyo Denn das schaff ich nicht alleine Eyo Das ist alles nur geklärt Angeschickt Und das Video angebaut Entschuldigung, das habt ihr mir erlaubt Der richtig coole Chip wird jetzt geschaut Hey Leute Danke, dass ihr Twitch Clips Germany geguckt habt Lasst bitte ein Patreon Sub da Sonst Esse ich euch auf Also der letzte Clip war der beste, muss ich sagen Die anderen waren scheiße Nein 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 Alle waren gut Okay Das war nur ein Wips Dann finde ich gut, dass ihr den besten Clip bis zum Ende übergelassen habt Ja Das war Twitch Clips Germany So Wieder mal ein nices Video